So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, diese Konstruktion hier im Auto hält. Ich bin gerade im neuen Auto von meinem Vater, der neue Tiguan, mit schon einer ziemlich geilen Ausstattung. Und ich dachte mir einfach, weil das Auto so geil ist, mache ich einfach mal einen kleinen Carport und zeige einfach mal euch das Auto. Und in einem weiteren Video, was die nächsten Tage kommt, werde ich jetzt nochmal auf die ganzen Details in diesem Auto eingehen. Das heißt, Ausstattung, Features und den ganzen Kram. Wie gut das Soundsystem klingt, weil hier ist das dünne Audio drin mit 300 Watt und Subwoofer. Das geht schon richtig ab, das Teil. Und somit, da gibt es noch einiges zu zeigen. Und eben auch für mich perfekt, um die Kamera nochmal weiter auszutesten und euch schöne Bilder zu liefern. Somit, lehnt euch zurück, genießt das Video, viel Spaß. wieder auf. Untertitelung. Das war der Carporn. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Kamera zu testen und natürlich mit dem neuen Auto hier zu fahren und eben diese schönen Aufnahmen zu machen. Und wie gesagt, im nächsten Video werde ich eben nochmal genau auf die ganzen Ausstattungen in diesem Auto eingehen und euch die erklären und zeigen, zum Beispiel das DIN-Audiosystem mit 3 Watt und Subwoofer, das geht richtig ab und da kann man echt nochmal coole Aufnahmen machen und die dann auch wieder mit Niklas, heute bin ich ja alleine unterwegs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ihr dann dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.